Zunehmend fällt es schwer, in Deutschlands Städten bezahlbaren Wohnraum zu finden. Alle Bewohner haben ein Schreiben von der Hausverwaltung bekommen, mit folgendem Hinweis, Leben heißt Veränderung. Keine Wohnung, jetzt wird hier gentrifiziert, Luxussaniert, bist du nicht superreich, dann gibt's keine Wohnung. Und wenn ich was Neues baue, wisst ihr genau, das wird leider wieder nur ne reichen Wohnung. Oh, na gut, ich habe noch nen Kellerloch, voll das Schnäppchen, freu dich doch! Gerade mal 2000 Tacken, aber leider nicht beheizt, heizt, 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 heizt! Ge-ge-ge-geile Wohnung! Und für dich hab ich ne Wohnung direkt am Wasser! Ge-ge-ge-geile Wohnung!